Stephen Colbert's Versuch, sich für einen satirischen Sketch zu entschuldigen, der sich an Kessarin, die Prinzessin von Wales, richtete, fand bei königlichen Experten keine Zustimmung. Als Moderator von De Laet Show befand sich Colbert unter mehreren amerikanischen Moderatoren, die sich gezwungen sahen, sich zu entschuldigen, nachdem er die Entscheidung des Königs, von offiziellen Pflichten zurückzutreten, auf die leichte Schulter genommen hatte, woraufhin er letzte Woche bekannt gab, dass er sich einer Krebsbehandlung unterziehen werde. In seiner letzten Folge drückte Colbert sein Bedauern aus und wünschte der Prinzessin von Wales alles Gute und eine baldige Genesung. Seine Versuche, einen Rückzieher zu machen, scheiterten jedoch, was manche als zerknirschte Geste empfanden, und konnten zahlreiche königliche Experten und Mitglieder der Öffentlichkeit nicht besänftigen, die Colbert dafür kritisierten, dass er sich bei Katharine nicht aufrichtig entschuldigt hatte. Der Royal-Korrespondent Richard Balmer schrieb, Ich habe nicht den vollständigen Clip gesehen, aber wenn dies eine korrekte Abschrift ist, ist eine Entschuldigung vielleicht übertrieben, voller Bedauern, genau richtig. Roh-Kommentatorin Victoria Arbiter stimmte Balmer zu und bemerkte, dass die Fernsehmoderatorin es versäumt habe, sich angemessen bei der Prinzessin von Wales zu entschuldigen. Arbiter schrieb, Bedauern ist sogar übertrieben, es riecht nach es tut mir leid, dass sie sich über meine Witze aufregen wollten. Er musste eine Bemerkung darüber machen, dass sie aufgrund ihrer Persönlichkeit die beste Pflege erhält. Eine tatsächliche Entschuldigung an die beteiligten Parteien wäre weitaus überzeugender gewesen. Die Autorin Valentine Loh stellte Colberts Formulierung in Frage und bemerkte, dass der Kensington Palace angekündigt hatte, dass Katharine frühestens Ostern an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen würde, nachdem sie sich im Januar einer umfangreichen Bauchoperation unterzogen hatte. Loh sagte, Colbert tut so, als wäre die Krebsdiagnose völlig aus heiterem Himmel gekommen. In gewisser Weise stimmte das, aber der Palast sagte, dass sie operier werden würde und mehrere Wochen weg sein würde. Sie war also nicht verschwunden, sie hat getan, was sie versprochen hatte, und es ging ihr offensichtlich nicht gut. Colbert ging auf die Gegenreaktion ein, mit der er konfrontiert war, seit er über das angebliche Verschwinden von Prinzessin Katharina aus der Öffentlichkeit scherzte, und beharrte darauf, dass er nicht die Absicht hatte, sie zu beleidigen. Er sagte, ich nehme die Tragödie eines anderen nicht auf die leichte Schulter, viel zu viele von uns wissen, dass jede Krebsdiagnose jeglicher Art für den Patienten und die Familie erschütternd ist. Obwohl ich sicher bin, dass sie es nicht von mir brauchen, möchten ich und alle anderen hier bei The Late Show unsere guten Wünsche und die tief empfundene Hoffnung aussprechen, dass ihre Genesung schnell und gründlich verläuft. Die eigentliche Frage ist, wer Colbert zu dieser Zeit dazu inspirierte, eine längst untergegangene Lüge noch einmal aufzugreifen. Es ist wahrscheinlich sein Tequila-Trinkender Kumpel Harry, der Meghan und Colbert vertritt, natürlich auf Befehl seiner Frau und von WME. Er schuldet auch der Familie zu Hamelndee eine Entschuldigung. Auch die Öffentlichkeit schien von Colbert's Aussage unbeandrückt zu sein und bemerkte, dass er das Wort Entschuldigung nicht erwähnte, als er sein Bedauern zum Ausdruck brachte. Die ehemalige Benutzin Lara Flying Me schrieb, ich habe das gesamte Transkript gelesen. Er entschuldigt sich überhaupt nicht. Das ist keine Reue. Eine andere Nutzen, Demetra Utem, kommentierte, überhaupt keine Entschuldigung, und Mel West 5 meinte, es scheint, als würden fast alle Prominenten, die im letzten Monat verletzende Dinge gegenüber Kati gesagt haben, jetzt einen Rückzieher machen. Haben sich in diese Lage gebracht und werden nun in eine Ecke gedrängt, aus der es keinen Ausweg mehr gibt. Da fällt mir das alte Sprichwort ein, du hast dein Bett gemacht, jetzt liegst du darin.